Marlon B. Yuki Ito. Katharina Althaus. Und Silja Obstedt-Fichters alles nicht an, die bleibt sitzen. Und man geht eine Lugel runter für Alexandra Lutitz. Also man traut ihr doch wieder was zu. Es ist im letzten Teil aufwind. Und Klinitz hat es vorher bewiesen, dass es gehen kann. Da waren wir auch auf der 21, wenn ich mich richtig erinnere. Bei ihr bin ich ein bisschen zwiegespalten. Bei ihr ist es hopp oder tropp. Also sie ist gut, aber sie ist auch riskant unterwegs. Hoffentlich schafft sie den Übergang gut. Wenn sie den gut packt, dann könnten wir wieder Richtung Weltrekord gehen. Gut war er. Sehr gut war er. Könnte gehen. Und jetzt fliegt, Mädel. Jetzt kommt er aufwind. Sie fliegt, um Gottes Willen. Ich glaube, sie hat ihn nicht erreicht. Ich glaube, sie hat ihn nicht erreicht. Aber sie war sensationell. Sie hat den eigenen Weltrekord noch mal verbessert. 25. Oh. Sie war ein bisschen in der Mittelfase, war sie etwas zu offen. Eigener Weltrekord, ihren eigenen Personal Best verbessert. Am Weltrekord einen Meter vorbeigeschrammt. Boah, irre. 225. Janko Zwitter. Er weiß, was er getan hat schon die ganze Saison. Und jetzt mit 225 Meter. Einen Meter unter dem Weltrekord. Einen Meter unter der Bestweite von dem Mark Linitz. Das ist schon irre. Das ist schon irre. Am ersten Volt ist es zu sehr. Ja, das war... I beat the Canadian National Record, though. I beat McKenzie, so it's good. Ja, stimmt. Ja, stimmt. 224 war McKenzie. Da hat sie schon bei 222 als erstes an McKenzie Boyd Klaus gedacht.